Musik Am 30. Januar 1933 kam Adolf Hitler an die Macht. Er wurde von Reichspräsident Paul von Hindenburg als Reichskanzler vereidigt. Die Nationalsozialisten feierten den Tag mit Aufmärschen und Fackelzügen in Berlin und überall im Reich. Es war der Beginn des dunkelsten Kapitels deutscher Geschichte. Unsere Zeitzeugen erinnern sich. Ich weiß noch sehr gut, dass wir am Radio gesessen haben und gewartet haben, was passiert. Kommt dieser junge Reformer oder Aufstände Hitler nun zur Macht oder nicht? Und es war irgendwie der Krimi von damals. Es war spannend. Schafft er das oder nicht? Ich kann nicht behaupten, dass sowohl weder Zuneigung noch absolute Ableigung vorhanden war. Es war mehr Neugier. Was wird jetzt? Mein großer Bruder kommt rauf, die Treppen rauf gestürmt und schreit, Hitler ist Reichskanzler oder der Führer ist Reichskanzler, der Führer ist Reichskanzler. Er stellt sich wieder vor meinen Vater hin und sagt, so, jetzt kann ich euch das ja sagen. Hier ist mein Hakenkreuz, hat er sein Dings umgedreht und hier ist mein Hitlerjugendabzeichen und ich bin schon seit einem halben Jahr Mitglied der Hitlerjugend. Die Machtergreifung war was ganz Schreckliches, dass dieser ordinäre Kerl da plötzlich alles Normale über den Haufen warf, alle Gesetze nicht mehr akzeptierte und es war Wildwest. Wir entfalteten eine Fahne und unser Lehrer rief, Kinder, Kinder, kommt ans Fenster, macht die Fenster auf und ruft alle heil, heil Hitler. Und wir Kinder, wir waren natürlich erstaunt, dass unser Lehrer uns zu so etwas aufforderte, aber wir rannten ans Fenster, die Fenster flogen auf und wir schrien heil. Wer Hitler war, wussten wir ja überhaupt nicht. Wir wussten nicht, was los war. Aber die Fahne wurde gehisst, es wurde stramm gestanden und das fanden wir natürlich alles sehr interessant. Die Uniform, weiß ich auch noch, man hat sie ja nachher auch immer gesehen, im Braun mit dem Hakenkreuz am Arm und dann marschierten sie wieder ab. Die Arbeitslosigkeit war damals sehr groß und ich weiß, dass sie immer zu meinem Vater in den Laden kamen und sagten, Herr Petersen, also im Moment ein bisschen Klamm auf der Fahne, können Sie mal anschreiben, drei Zigaretten. Und dann sagt man, ja gut, schreibe ich ein, drei Zigaretten, wo ich eingetreten bin. Also die lungerten so ein bisschen herum. Und dann kamen 1933 die Nazis. Plötzlich, ganz anders, plötzlich erschienen die Herren in braunen Hemden mit Stiefeln und kamen plötzlich zu meinem Vater rein, Herr Hitler, Herr Petersen, drei Zigaretten, aber ein bisschen flott. Und da waren Herrenmenschen entstanden, über Nacht, Arbeitslose zu Herrenmenschen. Wunderschön, na wunderschön, kann man eigentlich sagen. Also da war die Umwandlung, das habe ich miterlebt. Das war auch Ende der 32-Klassentag. Und da war mein Vater dabei und da haben sie alle auf die Nazis geschimpft. Und dann war Anfang 1933 wieder Klassen-Tag und da waren die meisten Nazis. Ich habe hinterher oft darüber nachgedacht, warum haben wir uns nicht dagegen gewehrt. Aber es war nicht unmittelbar die Veranlassung dazu, weil alles so geschickt friedlich begann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017